Boah, du bist so süß! Du siehst so süß aus! Warum M? Warum M? Warte, warte, warum M? Ich kann mir diese App nicht mehr, ne? Jeder muss mich immer als Tiere betiteln, ne? N*** N*** Yes, n*** N*** That is my dog That is my dog, that is my dog, that is my dog Schwang, ne? Hallo? Hallo? Erstmal alles Gutes bei dir? Ja, bei dir. Wer bist du denn? Warum M? Warum M? Warte, warte, warum M? Ja, das ist meine Freundin Tschüss Ich war schwarz, war schwarz, was? What? Yes, sie find mich cute, ne? Aber nicht cute genug, mich zu sharen mit einem anderen Mädchen, ne? Oh shit Ich hab keine Freunde mehr Die Ends are open, baby Shoot mir die End, please What's up, n*** You don't speak, why? Hat er mich gerade gefragt, warum ich nicht rede? Äh 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 Scheiße Oh, du bist so süß Du siehst so süß aus Ich bin nicht süß Ja Oha Oh, du bist echt mein Typ, ey, wow Cause you gonna suck my dick, you know what I'm trying to go crazy Wie alt seid denn die überhaupt? 21 19 Wann bist du geboren? 2002 Scheiße, welches Monat der Geburtstag hatte? 15.06. Du bist wirklich 21, ja? Was schätzt du mich? Ich denke, du bist 16, 17 so Ich denke, du bist 16, 17 so I just can't do it, I can't make this shit don't move, ey Nein, 19, 20 Ich bin 21, ja, btw, ich bin 21 Ich weiß nicht. Wait. Nehmen wir mal eine Spinnen. 16, 17, whatever. Du siehst so süß aus. Findest du einen Jüngeren cute? Du bist richtig mein Typ. Ey, wow. Das ist ein Case. We do not care. We do not care. We do not care. We do not care. Oh. Ich kann mir diese App nicht mehr. Jeder muss mich immer als Ziel betiteln. Bro. Ey, was kommt nach Februar? März? Du bist mein Herz. Oh my god. Ey, Puppe. What? Ey, Puppe. Oh my days, ich bin keine Puppe. Ja, warum redest du mit mir? Alter, die hat eine geile Stimme. Homies! Help! Wie alt seid ihr überhaupt? Ich bin 15 und du? No, 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 no. Das geht nicht. Oh my god, n***a am Start. Oh! Hallo! Hey! Wo seid ihr überhaupt? Van? Keller, wo seid ihr? Sorry, meine Kamera ist auch kaputt. Deswegen sieht man es nicht. Die ist nicht kaputt. Die ist einfach schwarz. Ich bin schwarz, Kamera ist schwarz. Es ist alles schwarz bei euch. Berlin City. Wo? Ihr? Stuttgart. Nein, ja. Kommt aus Schwarzhausen. Keine Ahnung, wo ihr lebt. Wir kommen aus Stuttgart. Also nicht direkt aus der Stadt. Nähe Stuttgart. Echingen. Who? Echingen. Das ist neben Ulm. Ich, ich, äh, ich hab keine Ahnung. Echingen. Ich hab keine Ahnung. Du bist sympathisch. Ich? Oh, ich danke dir. Also ich würde auch sagen, du bist sympathisch. Aber ich sehe nur ein schwarzes Bildchen. Mehr so. Ja. Snap? Snap? Ey, Hollon. Wie alt seid ihr? Erstmal ist die Frage. 16. You're gonna jail. You're gonna jail. Äh. Was schätzt du? Wie alt ich bin? 18, 17 vielleicht? 30! In dem Sinne, ich, ähm, ich wünsche euch einen schönen dunklen Abend. Äh, wo auch immer ihr gerade seid. Ähm. Und seid, bleibt empörtlicher und raucht bitte nicht, ja? Ähm. Okay. Bro. 30 Jahre alt? 30! Nigger. You party sick! Nigger. 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 Bist du streamer? Nigger. Ich bin kein streamer. Es ist keine Lüge. Hey, what the fuck is you talking about? What the fuck was that? Theo sahины, director. Deine Kamera Нás Herkölde ist perfekt. Sie steht so in dem richten Dinkel. Damit du so gleichzeitig in der Kamera bist, so weißt du? Ich schwöre, ich bin kein Streamer. Ich schwöre, ich bin kein Streamer. Du brauchst mich nicht? Nein. What'd I do? Just go to the office! What'd I do? Was heißt Praise? Praise, also wie... P-L-A-I-S-E? Richtig. Ja, ja, genau. Hä, Bruder? Keine weißen Namen, solche Namen? What the fuck? Ist das dein Bruder oder wer ist das neben dir? Das ist meine Freunde. Hallo, mother fucker. Weil ich so ein bisschen tot bin. What you doing here? Ey, yo, my nigga, I'm talking to you. What are you doing here? Yo, P, you know this nigga? Erstmal sagen die ihr fette Freundin. Warum sagst du, Junge? So schrieb deine von Alicia, auf einmal ich höre so eine Tiefung Stimme. Ja, ich höre Luciano oder so, dachte ich. No front, ja, no front. Ich höre die Tiefung Stimme. Ich höre die Tiefung Stimme. Ich höre die Tiefung Stimme. Yo. Ähm. LMP hier. Ähm, genau. Erstmal das erste Video. Und das ist auch erstmal das letzte Video für das Jahr 2023. In dem Sinne würde ich dir erstmal danken bei euch auf jeden Fall, dass ihr alle eingeschaltet habt, so zu meinem letzten Video. Ich mache ein Comeback und heute wäre Finish Bro. Ich mache ein Comeback und ich habe es einfach geschafft, dieses Video einfach mein Top 4 Video zu machen von 5, 6, 7 Tagen oder so, I don't know. Und ich finde das ehrlich insane. Ich finde das so insane, weil ich habe auch neue Zuschauer gewonnen. So, in dem Sinne erstmal danke für den Support, die Leute die dieses Video geguckt haben. Dann nochmal ein weiteres Dankeschön an die Leute, die halt geliked haben, kommentiert haben, Facebook geteilt haben, was auch noch. Und ja, Mortal.com auf jeden Fall, deswegen ich meine das so ernst mit Glock aktivieren. Weil 2024 wird so in die Eile gerippen, ist ja gar nicht so schlimm in die Hand. Das ist die Mission zumindest. Weil, boah, ich habe so vernachlässigt. Letzten Mal YouTube dieses Video. Weil, boah, boah. Das ist ein anderes Thema ja, warum ich da so ein bisschen offre. Aber, wie gesagt, erstmal trotzdem danke an die ganzen Leute, die geguckt haben, supported haben, dies, das. Und ja, sogar privat viel gegeben haben. Und auch mal heiern die neuen Leute, die dazu gestoßen sind. Motto komm, wie ich gesagt habe. In dem Sinne, es ist das Ende des Jahres. Und ich wünsche euch eine gute Weihnachtszeit. Schöne Weihnachtszeit, falls ihr mit der Familie, falls ihr feiern solltet. Wenn nicht, dann trotzdem guten Rutsch ins Neue Jahr. Und ja, peace back. Das war's mit dem Video. Das ist das Ende des Jahres für 2021. Und ähm... Deuces.